Wir wollen auch in Zukunft, dass Regeln beachtet werden, dass Sicherheit und Ordnung, Recht und Gesetz die Grundlage unseres Zusammenlebens sind und bleiben. Das gilt für alle Deutschen, für alle, die hier schon immer gelebt haben, genauso auch wie für alle, die neu zu uns hinzugekommen. Hier bei uns in Deutschland gelten die Gesetze unseres Landes und zwar für jeden und jede in gleicher Art und Weise ausnahmslos. Und deshalb sagt unser Antrag auch ganz deutlich, wir wollen keine Parallelgesellschaften und wo es sie gibt, müssen wir dagegen angehen. Unser Recht hat Vorrang vor Ehrenkodex, Stammes- und Familienregeln und vor der Scharia. Das muss ganz deutlich ausgesprochen werden. Liebe Freunde, aber zur Wahrheit gehört auch, manchmal hat man den Eindruck, dass auch einige, die schon immer hier in Deutschland leben, dringend einen Integrationskurs nötig hätten. Ich möchte Untertitelung des ZDF, 2020